ARCHMAN, was machst'n du hier? Äh... Das ist meine Mom. Hey, ich kenn' dich. Aus dem Fernsehen. Du warst mal ein geistig behinderter Quarterback. Ja. Bist du geistig behindert? Ich dachte, du hättest dich umgebracht. Was? Das war's nicht du? Nein, das war nicht ich. Das ist die Gelegenheit für dich mal was zu machen, was vor dir noch keiner gemacht hat und was niemand wiederholen wird, solange die Menschheit existiert. Und wenn durch nichts anderes, dann bist und bleibst du in Erinnerung als derjenige, der das hier getan hat. Diese eine Sache. Das hab' ich schon mal gemacht. Das war's nicht gut. Das war's nicht gut. Das war's nicht. Das war's nicht gut. Das ist ein drin. Untertitelung des ZDF, 2020